Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um was ganz Besonderes. Dieses kommt von Bosch Professional und zwar dieses 30-teilige Fräser-Set. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Wer Bosch Professional kennt, der wird es auch zu schätzen wissen, jetzt hier ein 30-teiliges Fräser-Set. Wer die Oberfräse vielleicht von Bosch schon hat oder irgendeine andere Oberfräse oder vielleicht Fräser-Tisch, der wird wahrscheinlich irgendwann darauf kommen und sagen, Mensch, irgendwie brauche ich nochmal so ein Fräser-Set, das ich irgendwie alles bei Hand habe. Wenn man eben sonst alle Fräser einzeln kaufen würde, kommt man auch gut mal auf 30-40 Euro pro Fräser. Dieses Set 30-teilig, wie gesagt, in Qualität von Kabit-Schneiden, beträgt so UVP 191 Euro, ruft Bosch dafür auf. Einen Effektivpreis bekommt ihr das ganze Paket hier für etwa 100 Euro. Ich verlinke es euch unten, dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis dann abrufen. Es gibt das Set auch als 15-teiliges Set, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Wer sagt, ich brauche jetzt nicht ganz so viele Profile oder irgendwie was, der kommt vielleicht mit dem 15-teiligen Set auch hin. Guckt euch das auf jeden Fall in Ergänzung dazu auch nochmal an. Hier, wie gesagt, alles in so einer tollen Box und die Box hat es auch wirklich schon in sich. Die ist nämlich hier vorne einmal darüber verschlossen, über diese Schieberegler. Und es ist so, wenn euch diese Fräser irgendwie mal hinfallen, dann bleiben die tatsächlich an Ort und Stelle, weil die in diesen einzelnen, naja, Abschnitten möchte ich sagen, sind die dann so installiert, dass die nicht irgendwie dann durcheinander fliegen können und dann erstmal wieder sortiert werden müssen. Sondern die bleiben wirklich hier an Ort und Stelle. Ihr habt dann noch eine Einlage drüber. Könnt ihr einfach mal aufmachen, gucken uns das Ganze mal an. So, da ist dann, wie gesagt, hier noch so ein Plastikschutz mit drüber. Und selbst hier drin sind diese Fräser dann nochmal in so eine Nut reingesteckt, dass ihr das dann zwar als Easy Pick bezeichnet, Bosch, das Ganze, dass ihr das Ganze dann zwar sehr, sehr einfach rausnehmen könnt, aber dass es dann eben trotzdem überall dann fest ist. Und wenn ihr das Ganze dann mal hochnehmt oder schräg stellt oder sowas, dann bleibt das, wie gesagt, immer noch an Ort und Stelle. Ich habe hier die 8mm Schaftversion. Es gibt auch eine 6mm Schaftversion. Und dann gibt es noch eine Zolllösung mit dabei. Könnt ihr euch dann alles angucken. Ist alles, wie gesagt, unten verlinkt. Hier haben wir noch ein paar Ersatzkugellager oder generell Kugellager, die wir noch mit drauf bringen können. Ein Inbusschlüssel ist hier noch mit dabei, sodass wir das Ganze nochmal umkonfektionieren können bei Bedarf. Wie gesagt, guckt euch das Ganze dann mal an, ob euch diese Sachen hier liegen. Ich sage euch mal schnell, was hier alles mit drin ist. Wir haben einen einschneidigen Nutfräser, drei Stück zweischneidige Nutfräser. Wir haben dreimal dreischneidige Nutfräser. Wir haben fünf Abrundfräser mit dabei, zwei Bündigfräser, die habe ich auch schon benutzt in diesem Set, muss ich sagen. Machen wir gleich, probieren wir auch gleich nochmal alles aus. Einen Bündigprofilfräser haben wir mit dabei, zwei Stück. Einen Scheibenfräser, einen Falzfräser, einen Kopierfräser, zwei V-Nutfräser, einen Zinkenfräser, einen Römerprofilfräser, zwei Hohlkehlfräser, zwei Kehlfräser und Klassikprofilfräser ist einer. Und einen Scharniernutfräser, also alles dabei. Lest euch das dann in Ruhe auf der Produktseite nochmal durch und dann entscheidet selbst, welches Set ihr davon braucht. Ich habe bereits viel mit diesen Sets gearbeitet. Ich hatte vorher das 15-teilige Set und ich habe wirklich sehr, sehr viel damit gemacht. Und wenn man so ein Set eben hat, dann probiert man eben alles auch irgendwie mal aus. Was mir in diesen Sets grundsätzlich fehlt, ist ein T-Nutfräser. Der ist also hier nicht enthalten. Ich kann euch aber mal einen ganz guten T-Nutfräser unten in der Videobeschreibung dann verlinken. Ansonsten kommt ihr mit diesem Set natürlich, wie ihr gerade gehört habt, schon recht weit. Was ich viel benutze, ist dieser Bündigfräser hier zum Beispiel. Weil der hat so ein Kugellager hier unten, heißt das. Weil man ja immer davon ausgeht, dass das dann unten ist. Wenn man das als Tischfräse nimmt, dann sagt man, das ist oben. Und wenn ihr dann mit einer Radius-Schablone arbeitet, dann müsst ihr natürlich hier so ein Lager dran haben. Und erst dann könnt ihr dann vernünftig irgendwie an irgendetwas langlaufen und dann das eben bündigfräsen. Soviel zu den Bündigfräsern. Dann haben wir hier natürlich noch irgendwelche Nutfräser mit dabei. Die sehen dann so aus, auch mit verschiedenen Größen. Das ist jetzt ein 16-mm-Nutfräser, also 1,6 cm. Ihr solltet je nach Fräse dann immer so arbeiten, dass ihr vielleicht nicht gleich mit dem Größenradius anfangt und dann volle Pulle und dann volle Tiefe gleich. Sondern immer Stück für Stück runter tasten. Und vor allen Dingen dann von vielleicht etwas kleinerer Nut auf etwas größerer Nut dann gehen. Dann leben A, die Fräser länger. Und B, euer Werkstück geht dann nicht kaputt oder wird durch Brandspuren beschädigt oder ähnliches. Und vor allen Dingen eurer Fräse tut das natürlich auch gut. Also immer von innen nach außen arbeiten, kann man so sagen. Und dann erstmal klein anfangen und immer größer werden. Und dann haben wir hier noch solche Profilfräser mit dabei. Schaut euch das mal an. Auch das sieht wirklich super aus. Und von der Verarbeitungsqualität kann ich euch sagen, ist das für den Heimwerker mehr als ausreichend. Bosch selbst fertigt diese Fräser ja schon für Schreinerzimmerleute, Innenausbauer und andere Handwerker. Also das ist wirklich Handwerkerqualität schon. Wer das anders sieht, kann es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich, das ist eben meine Meinung, die ich dazu habe. Und grundsätzlich kann man mit diesem Set mehr als zufrieden sein. Probieren wir es mal aus. So, ihr seht, ich bin nach draußen gegangen. Bin jetzt bei meinem Frästisch. Ich habe das hier als Crack-Einlegeplatte und Tritonfräse in meine GTS 10 XC Kreissäge von Bosch auch eingebaut. Das bietet sich einfach bei dieser Säge an. Habt ihr sicherlich schon auf anderen Kanälen auch gesehen. Der Vorteil ist, dass ich eben die Triton-Oberfräse dann von Tischseite her, also von oben her, verstellen kann in der Höhe. Und das Ganze absenken kann oder anheben kann. Wenn ihr generell mal wissen wollt, wie hoch euer Fräser dann rausgefahren ist. Das ist natürlich jetzt bei so einem Bündigfräser eigentlich sinnlos. Aber bei einem Nutfräser zum Beispiel, stelle ich mir das immer ganz sinnvoll vor. Da gibt es solche Höhenlehren. Die gibt es digital und nicht digital. Hier ist so eine Kombination aus digital und nicht digital. Die könnt ihr dann einmal jetzt hier quasi nullen. So, und das heißt, die ist jetzt hier auf dem Tisch und alle drei Füßchen sind jetzt quasi auf null. Und wenn ihr dann hier das Ganze auf den Fräskopf aufsetzt, dann seht ihr hier, die Beinchen stehen weiter runter. Und in der Mitte ist es dann höher. Und die Differenz wird euch dann angezeigt. 27,25 mm ist das Ganze jetzt hochgefahren. Und somit kann man super Ergebnisse auch erzielen. Ich verlinke euch so eine Höhenlehre auch mal unten in der Videobeschreibung. So, und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal anhand dieses Bündigfräsers an. Da bietet sich natürlich auch an, solche Schablonen dann für zu verwenden, wo ein Radius dann in ein Aluminiumprofil gefräst wurde und ihr dann eben ein gutes Ergebnis habt. Das Kugellager läuft dann, wie gesagt, hier oben an dieser Schablone entlang. Und unten laufen dann die Fräsplättchen und tragen dann das Holz ab. Und das funktioniert eigentlich super. Zu diesen Schablonen habe ich bereits ein anderes Video gemacht. Entweder ist das schon online, dann findet ihr es unten. Ansonsten den Kanal jetzt abonnieren, dann verpasst ihr das Video nicht, sobald das online ist. Ich verlinke euch die aber dann dennoch jetzt schon mal unten. Wer da schon zuschlagen will, der kann das natürlich gerne einmal machen. So, das war jetzt hier ein bisschen zu tief gestellt. Und wir den nochmal so ein ganz kleines Stückchen anheben. Dann machen wir das Ganze nochmal. So, und dann haben wir jetzt hier einen Astreinradius. Hier ist ein bisschen ausgerissen. Das war jetzt dem bedingt, dass ich den jetzt nicht sauber eingestellt habe. Wir können ja nochmal eine weitere Ecke machen. Da machen wir jetzt hier mal R15 dran. Ihr seht, da steht noch ein bisschen was ab. Das probieren wir jetzt einmal abzutragen. So, und das sieht dann schon deutlich sauberer aus, wenn man jetzt nochmal ein bisschen mit ein bisschen Papier drüber geht. Dann ist das schon super Sache. Und ihr seht, ihr könnt mit solchen Bündigfräsern einiges machen. Sogar wenn ihr dann noch in Erweiterung solche Schablonen dazu kauft, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. So, und dann wechseln wir hier einmal den Fräser aus. Das geht ja hier ganz einfach. Den Fräser auch nur möglichst viel mit dem Schaft dann eintauchen in die Fräse. Einfach fallen lassen, ganz ein Stück zurückziehen vielleicht. Und dann könnt ihr das Ganze wieder festschrauben. Ich mache das jetzt erstmal hier so. Wie gesagt, wenn ihr eine andere Spannzange habt, es gibt die Fräser eigentlich in allen gängigen Spannzange-Varianten. Und dann müsst ihr einfach nur gucken, dass ihr euch dann das Richtige für eure Fräse dann selbstständig bestellt. So, und dann machen wir jetzt hier den Ring einmal wieder drauf und dann sind wir schon wieder einsatzbereit. So, und das seht ihr selbst bei Hartholz kriegen wir hier ein einwandfreies Profil mit rein. Ich kann jetzt keine größeren Leisten hier drüber machen, weil meine Platte sich hier so ein bisschen abgesenkt hat über den Winter. Jetzt muss ich das erst wieder anheben. Das ist halt der Nachteil, wenn man jetzt eine Fräse unterhängt, dann zieht diese Platte irgendwann, egal ob das jetzt 30 mm starke sogar ist, dann irgendwann nach unten. Man muss das dann halt von unten abstützen, dann müsst ihr dann eben draufpassen. Ihr seht, hier habe ich so einen kleinen Rand mit dran und das muss man erst beheben, dann kann ich hier wieder etwas größere Leisten drüber ziehen. So, nun habt ihr die Fräser am Einsatz gesehen, war jetzt nur ein kleines Beispiel. Natürlich haben wir jetzt hier noch zig andere Fräser mit drin, die könnten wir jetzt alle noch ausprobieren. Schaut euch hier mal die Klingen an letztendlich, da ist jetzt also überhaupt nichts bei aufgetreten, dass die irgendwie jetzt kaputt wären oder sonst was. Die sind scharf wie sonst was auf jeden Fall und da gab es jetzt kein Problem mit. Sehen jetzt natürlich ein bisschen benutzt aus, aber sind scharf und sind unbeschädigt. So, dann räumen wir das Ganze hier mal wieder ein. Ich denke, ich konnte euch jetzt zeigen, dass man mit diesen Fräsern auf jeden Fall arbeiten konnte. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. 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 Bis dann.